Hallo, wie geht es dir? Mein Name ist Antonio. Ich bin Urologe und werde dir alles über die Libonex-Behandlung erklären. Welcher Mann möchte nicht seine Männlichkeit steigern, seine tägliche Energie erhöhen und sogar die Größe, Dicke und Kraft seines Penis vergrößern? Probleme wie vorzeitige Ejakulation, schwache Erektionen und eine unterdurchschnittliche Größe oder Dicke sind einige der Probleme, die das Leben von tausenden von Männern in den Vereinigten Staaten beeinträchtigen. Und wenn ein Mann über 35 oder 40 Jahre alt ist, werden diese Probleme immer häufiger. Aber sie sollten nicht existieren. Die meisten Männer greifen in solchen Fällen auf die auf dem Markt erhältlichen Stimulantien zurück, wie die berühmte kleine blaue Pille. Das große Problem bei diesen Produkten ist, dass sie abgesehen davon, dass sie dein Herz beschleunigen und extrem gesundheitsschädlich sind, auch nur eine sehr kurze Wirkung haben. Das bedeutet, dass deine Probleme nach ein paar Stunden wieder auftreten, oder? Dann musst du sie immer wieder einnehmen. Ein Team von Wissenschaftlern der University of Colorado, das motiviert war, eine Lösung für diese Probleme zu finden, die die meisten Männer betreffen, entdeckte ein neues stimulierendes Nahrungsergänzungsmittel, das aus natürlichen Wirkstoffen besteht. In den USA hat es bereits die kleine blaue Pille in Bezug auf den Umsatz übertroffen und wurde gerade veröffentlicht. Diese innovative neue Formel, die von dieser Gruppe von Wissenschaftlern entdeckt wurde und kommerziell als Libonex bezeichnet wird, wirkt direkt auf die Erhöhung des Blutflusses im Beckenbereich und steigert die Potenz und Männlichkeit sowie die Größe und Dicke. Derzeit leiden mehr als 67% der Männer in den Vereinigten Staaten täglich unter irgendeiner Art von Erektionsstörung. Diese Statistik alarmierte Experten auf diesem Gebiet, die feststellten, dass eine radikale Veränderung im Männergesundheitsmarkt notwendig war. Die Formel dieser stimulierenden Verbindung zwingt den Körper, den Blutfluss im Penisschaft dauerhaft wiederherzustellen. Libonex enthält konzentrierte natürliche Wirkstoffe in spezifischen Mengen, um diesen Blutfluss zu erhöhen, ohne das Herz zu beschleunigen oder Nebenwirkungen zu verursachen. Aber ich werde dir eine sehr wichtige Warnung geben, diese Behandlung wird nicht in Apotheken verkauft, sie wird nicht auf Amazon verkauft und sie wird nicht in Facebook-Gruppen verkauft. Sie wird nur auf der offiziellen Website verkauft. Um dir zu helfen, werde ich unten die Website des Originalprodukts angeben, damit du nicht versehentlich ein gefälschtes Produkt im Internet kaufst. Hier hast du eine 365-Tage-Garantie, um die Wirksamkeit der Behandlung zu testen. Um einen Kauf zu tätigen, ist es ganz einfach. Gib einfach deinen Namen und deine Telefonnummer ein und das Libonex-Team wird sich mit dir in Verbindung setzen, um deinen Fall besser zu verstehen und die genaue Menge an Behandlung für dich zu empfehlen. Dieser natürliche Wirkstoff erhöht den Blutfluss im Beckenbereich um bis zu 17 Mal, was die Männlichkeit nach dem 35. Lebensjahr steigert. Ein Team von Wissenschaftlern der University of Colorado in den Vereinigten Staaten konnte nach sechs Jahren Forschung und unzähligen Experimenten und Tests herausfinden, welche Wirkstoffe in der idealen Kombination die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften Steigerung der Männlichkeit bei Männern über 35 Jahren um mehr als das 17-fache erhöhen. Laut den Wissenschaftlern ist es genau der Blutfluss im Beckenbereich, der die Größe und Dicke des Penis eines Mannes sowie seine Erektionsfähigkeit, Männlichkeit und Energie bestimmt. Es gibt Männer, die aufgrund genetischer Veranlagung einen sehr niedrigen Blutfluss in diesem Bereich haben, was bedeutet, dass das Glied nie vollständig entwickelt ist und sehr früh aufhört zu wachsen, was zu einem kleinen oder dünnen Penis führt. Es gibt auch Männer, bei denen der Blutfluss in diesem Bereich mit zunehmendem Alter auf natürliche Weise abnimmt, was zu Lustlosigkeit beim Geschlechtsverkehr, vorzeitiger Ejakulation und einem Mangel an Energie im Alltag führt. Libonex ist das Ergebnis einer Forschung, die sich auf diese Probleme konzentriert, die Männer in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt betreffen. Menschen, die an der Studie in Europa, den Vereinigten Staaten und Brasilien teilnahmen, berichteten von einer gesteigerten Stimmung und Energie im Alltag sowie von mehr Lust beim Sex. Es half bei vorzeitiger Ejakulation, vergrößerter Größe, Dicke und Potenz. Die Libonex-Formel hat bereits das Leben von Tausenden von Männern in den Vereinigten Staaten und Europa verbessert und jetzt verwandeln Tausende von Amerikanern buchstäblich ihr Leben dauerhaft. Da es aus natürlichen Wirkstoffen besteht, beschleunigt Libonex das Herz nicht, hat keine Nebenwirkungen und keine Gegenanzeigen, was zu der großen Beliebtheit von Libonex in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt beiträgt. Längere Erektionen Der Wirkstoff des Pilzes ist perfekt, um deine Erektionen zu pfliegen, damit du dich nur darauf konzentrieren kannst, deinen Partner zufriedenzustellen. Mit Libonex hältst du länger durch. Allerdings ist die Nachfrage nach diesen Nahrungsergänzungsmitteln in den letzten Tagen gestiegen, und da jede Flasche Libonex in einer von der FDA registrierten und zertifizierten Einrichtung hergestellt wird, dauert es eine Weile, bis eine neue Charge des Nahrungsergänzungsmittels produziert wird. Deshalb musst du schnell handeln, um es zu kaufen, bevor die Bestände aufgebraucht sind. Libonex wird das Volumen und die Größe deines Penis auf erstaunliche Weise vergrößern. Es wird empfohlen, die Behandlung für mindestens drei Monate durchzuführen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und dass du es geschafft hast, deinen Penis mit dieser Behandlung zu vergrößern. Bleib bei Gott. Umarmung.